Sehen deine Zuschauer-Bindungsgrafen so aus? Das bedeutet, dass Zuschauer deine Videos verlassen, sofort nachdem sie draufgeklickt haben. Und zwar viele. Was? Sind deine Videos so schlecht, dass die Leute alle sofort wieder gehen wollen? Was kann man dagegen tun? Darum soll es in diesem Video gehen. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und es ist wieder Montag, das heißt ich beantworte eine eurer Fragen, die ihr unter dem Hashtag Wie geht YouTube in die Kommentare gepostet habt. Und heute ist das eine Frage von Mopels MTB. Und zwar hat er gefragt, kannst du mal den Erfolg von MrBeast erklären? Habe dazu schon einige Videos gesehen und probiere mich gerade an den ersten 20 Sekunden in meinen Bike-Videos, um zu sehen, ob ich damit die Leute dran halten kann. Tatsächlich ist MrBeast hier ein sehr gutes Beispiel, was ich dann auch gerne mal aufnehmen möchte hier in diesem Video, weil er wirklich verstanden hat, worum es geht, wenn du die ersten Sekunden deines Videos wirklich perfekt hinbekommst, sodass die Leute auch länger dran bleiben. Doch was sind diese? Punkt Nummer 1, wir starten tatsächlich, bevor überhaupt sich der Zuschauer das Video anguckt. Und zwar geht es um den Titel und das Thumbnail. Und die haben nämlich auch einen sehr großen Einfluss darauf, wie viele Leute am Anfang wegklicken. Hier ist es ganz wichtig, dass der Zuschauer was erwartet, wenn er auf dein Video klickt. Wir müssen Neugier erzeugen. Wenn diese Neugier hier am Anfang möglichst groß ist, dann wollen die Zuschauer sich natürlich auch möglichst gerne dein Video angucken. Und nur wenn wir das schaffen, dann werden die Leute auch später länger dranbleiben. Hier ist einfach die zentrale Frage, was ist interessant für deinen Zuschauer? Nehmen wir zum Beispiel mal dieses Video von MrBeast als Beispiel. Hier ist direkt klar, okay, das ist eine krasse Sache. Er ist 50 Stunden irgendwie unter der Erde begraben. Das ist was, wo der Zuschauer sagt, das will ich sehen, was passiert da? Das erregt direkt Neugierde an. Oder hier das zum Beispiel, hier arbeitet er direkt mit dieser großen Zahl, mit der großen Sache, die er weggibt. Auch hier regt er einfach Neugierde. Was gewinnt jemand hier eine komplette Insel? Wie passiert das? Wie kann das sein? Und man will das angucken. Hier ist zumindest von dem, was man von MrBeast so hört, seine Grundphilosophie. Wenn die Idee für das Thumbnail und für den Titel nicht gut ist von einem Video, dann macht er das Video nicht. Das heißt, auch da kannst du mal drüber nachdenken, ob du, musst nicht in dieses krasse Extrem gehen, aber tatsächlich denk über Titel und Thumbnail vor dem Video nach. Wenn du da nicht einen spannenden Einstieg hinbekommen kannst, dann kannst du es danach auch nicht schaffen, die Leute spannend durch dein Video durchzubekommen. Und dann gehen wir Schritt Nummer zwei wirklich in die Einleitung von deinem Video. Und hier geht es jetzt vor allem darum, deinen Zuschauer zu überzeugen, wirklich dran zu bleiben. Also der Zuschauer hat jetzt eine gewisse Erwartung. Die wurde durch Titel und Thumbnail ausgelöst. Und jetzt müssen wir es schaffen, dem Zuschauer zu zeigen, ja, du bekommst hier auch das, was du erwartest von Titel und Thumbnail. Aber hier ist ein großer Fehler, den viele machen, einfach dann nur nochmal den Titel zu wiederholen oder den Titel in ein bisschen anderen Worten zu wiederholen. Die Leute haben das gelesen. Davon kann man ausgehen, dass die Leute wissen, worum es im Video geht. Wir müssen ihnen jetzt zeigen, ja, hier geht es wirklich in dem Video darum, was du erwartest. Deshalb ist es häufig eine der sinnvollsten Sachen, gerade in solchen Unterhaltungsvideos, über die wir jetzt gerade vor allem sprechen, direkt ins Video reinzuspringen. Also nehmen wir zum Beispiel mal dieses Video mit dem Sarg. Da ist es so, dass der nicht irgendwie noch lange zeigt, wie er den Sarg hat konstruieren lassen, wie er auf die Idee gekommen ist, was auch immer. Nein, erstes Bild, was man sieht, er wird in diesen Sarg getan, Deckel drauf, zack, die Geschichte geht sofort los. Oder das Video mit der Insel. Da steht er schon sofort auf der Insel. Es wird nicht erstmal noch erzählt, was irgendwie passiert. Ja, er spricht ein bisschen, aber man sieht relativ schnell, innerhalb der ersten paar Sekunden, sieht man diese Insel und sieht, ja, es geht hier tatsächlich um diese Insel. Hier ist es wichtig, eine Balance hinzubekommen. Du musst dem Zuschauer zeigen, du bist hier richtig, aber du darfst auch nicht komplett auflösen, was eigentlich das Video spannend macht. Hier macht MrBeast zum Beispiel direkt bei diesem Inselvideo auf. Es gibt 100 Leute und eine von denen kann diese Insel gewinnen. Wenn dessen von außen jetzt erstmal nochmal das Gefühl hatte, hier ist eine Person, die gewinnt eine Insel und wenn man dann sieht, ja, es gibt die Insel, dann könnte das direkt schon irgendwie, ja, vorbei sein. Aber nein, er macht eigentlich das Problem davon aus, es sind 100 Leute. Nur eine Person kann diese Insel gewinnen. Du musst dem Zuschauer also zeigen, ja, du bekommst das, was du von außen gesehen hast und die Zeit, hier dran zu bleiben, die lohnt sich. Und damit kommen wir zu Punkt Nummer 3. Und das ist eine Möglichkeit, wie du besonders gut es schaffen kannst, dass die Leute wirklich an deinem Video dranbleiben und das ist Storytelling. Geschichten sind schon immer eine Sache, wie wir Menschen uns gegenseitig Informationen übermittelt haben und deshalb funktionieren Geschichten auch sehr gut, dass wir Menschen einfach dranbleiben, dass wir wissen wollen, wie geht es weiter und das kannst du dir zunutze machen in deinen Videos. Eine klassische Art und Weise, Geschichten zu erzählen, ist zum Beispiel die Heroes Journey von Joseph Campbell und die kannst du in ein relativ einfaches Format bringen, sodass das für YouTube-Videos funktioniert. Und zwar musst du fünf Fragen beantworten. Erstens, wer? Um wen geht es in deiner Geschichte? Zweitens, was ist das Ziel von dieser Person? Drittens, was sind die Hürden? Was steht im Weg? Viertens, was sind die Konsequenzen, dass die Person dieses Ziel nicht erreicht? Und fünftens, wie schafft die Person es am Ende, dieses Ziel zu erreichen? Das ist jetzt erstmal sehr abstrakt. Machen wir es konkret an den beiden Beispielen, die wir jetzt die ganze Zeit schon benutzen. Machen wir das am Beispiel von diesem Sarg-Video. Es geht um MrBeast, der ist die Person. Das Ziel ist, 50 Stunden in diesem Sarg zu bleiben. Warum kann er das nicht haben, ist, glaube ich, bei dem Thema schon relativ klar. Irgendwie unterirdisch, alleine irgendwie unter der Erde begraben zu sein, ist eine krasse Sache. Und das auch noch für 50 Stunden, das ist hart. Da kann man sich als Zuschauer direkt schon ausmalen, was da alles im Weg stehen könnte. Und tatsächlich ist das natürlich auch das, was im Video dann nach und nach passiert, dass da Hürden im Weg stehen. Was steht auf dem Spiel? Und das ist tatsächlich eine spannende Sache. Jetzt könnte man ja sagen, ja, ist doch egal, dann kann er jederzeit irgendwie wieder raus. Das wird ja schon irgendwie, ist auch in dem Video von irgendeinem Arzt überwacht und so. Das wird schon irgendwie passen. Und tatsächlich baut er das hier auch arbiträr rein. Es gibt irgendeine Strafe. Ich glaube, er soll einen Elektroschock von seinen Freunden bekommen, wenn er das nicht durchhält für die Zeit. Das ist jetzt irgendwie unverhältnismäßig und ist auch völlig egal eigentlich. Aber er weiß, man braucht irgendwie diese Konsequenz, damit das Ganze auch spannender wird. Und deshalb baut er die hier auch einfach ein in diesem Video. Ja, und wie erreicht er das? Das ist dann natürlich das ganze Video. Und das wird gezeigt im Video, wie er es dann schafft, irgendwie 50 Stunden in diesem Sarg zu bleiben. Und ob er es schafft, ist natürlich auch die ganze Zeit noch die Frage, die mitschwingt. Schauen wir uns dieses Insel-Video an. Vielleicht stellen wir uns wieder die gleichen fünf Fragen. Wer? Hier haben wir ganz klar 100 Leute. Hier sind diese 100 unterschiedlichen Leute, die alle ein Ziel haben. Und das ist das zweite eben, diese Insel zu gewinnen. Was steht da im Weg? Ist ganz klar, es sind 100 Leute. Eine Person kann nur gewinnen. Ja, die anderen Leute im Endeffekt. Was steht auf dem Spiel? Naja, hier in dem Fall, eine Insel gewinnen oder nicht im Endeffekt. Es gibt keine schlimmen Konsequenzen, außer dass man quasi den Verlust von dem, was man hätte haben können hat. Und ja, wie die Person das dann erreicht, das ist dann das ganze Video. Man könnte das zum Beispiel auch aus der Sicht von einer Person erzählen. Das wäre ein ganz anders erzähltes Video und wäre aber mindestens genauso spannend von einer Storytelling-Sicht. Was ich hier bei diesem Insel-Video zum Beispiel besonders spannend fand, war, dass MrBeast immer wieder versucht, regelmäßig Spannung ins Video reinzubekommen. Und man merkt ja zum Beispiel, die erste Challenge ist nicht so interessant anzusehen. Und deshalb baut er nach noch nicht mal einer Minute schon mal einen kleinen Teaser für Challenge Nummer 2 und 3 an und sagt, die werden noch spannender quasi, dass man diesen Hochpunkt, der eigentlich an der Stelle von der Story quasi gar nicht da war, weil es erstmal noch nicht so viel passiert ist, dass er den wirklich eingebaut hat. Aktiv, damit da regelmäßig diese Hochpunkte in dem Video sind. Was wir ja wirklich nicht wollen, wenn die Zuschauer einmal dranbleiben, ist, dass der Zuschauer wegklickt vom Video oder aber auch nach einer bestimmten Stelle im Video sucht, wo es wirklich interessant wird. Und deshalb müssen wir wirklich schaffen, dass wir diese regelmäßigen, interessanten Stellen hinbekommen. Dass wir ein ganzes Storytelling-Format haben, sodass der Zuschauer auch einfach dranbleiben will, weil die Geschichte der spannende Teil ist und nicht nur das Ergebnis von der ganzen Sache. Und deshalb ist Punkt Nummer 4 auch wirklich gucken, dass man weiter Mehrwert im Video liefert. Gucken, dass man regelmäßig Hochpunkte hat. Und zu diesem weiteren Mehrwert im Video habe ich hier schon mal viel mehr erzählt. Das heißt, schau dir auf jeden Fall mal das Video an. Hier ging es jetzt erstmal so vor allem um den Einstieg vom Video. Das ist noch der restliche Teil vom Video. Das würde ich dir empfehlen anzuschauen. Ansonsten hoffe ich, dass ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.